Wir kommen zu dem wichtigsten Teil. Es ist zwar schön zu wissen, was ein Wort bedeutet, aber noch wichtiger ist es, zu wissen, mit welchen weiteren Vokabeln dieses eine Wort verwendet wird. Und ich habe für dich einige Beispiele vorbereitet. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Sprechen sie aus, übersetzen sie und dann bilden wir Sätze mit diesen Wörtern. Dann legen wir los. Wprase. In Prag. Kousek. Stück. Zellkem. Ziemlich. Tady. Hier. Dlouho. Lange. Daleko. Weit. Jen kratze. Nur seit kurzem. Erst seit kurzem. Usch. Schon. Jen. Nur. Ode mne. Von mir. Od nas. Von uns. Jetzt bilden wir gemeinsam Sätze. Bidlim v Praze. Ich wohne in Prag. Bidlisch ode mne. Kousek. Du wohnst nur ein kurzes Stück von mir. Bidli tady usch Dlouho. Er oder sie oder es wohnt hier schon seit lange. Bidlime tady jen kratze. Wir wohnen hier erst seit kurzem. Bidlite od nas zelkem daleko. Ihr wohnt ziemlich weit von uns. Bidli od nas jen kousek. Sie wohnen nur ein kurzes Stück von uns. Dein erster großer Moment in diesem Kurs. Diese Sätze haben wir gerade eben gemeinsam auf Tschechisch gesagt. Versuche sie doch jetzt selber zu übersetzen ins Tschechische. Und dann schau nach, ob du sie richtig geschrieben hast. Übung macht den Meister. Und genau deswegen bekommst du eine weitere Übung von mir. Vorhin haben wir gemeinsam Sätze gebildet. Und jetzt bekommst du etwas mehr Freiheit, um zu prüfen, ob du weißt, wie du mit dem Wort arbeiten kannst. Damit das aber wieder nicht zu schwer wird, kannst du gerne die Vokabeln nutzen, die wir für die Bildung der Sätze uns vorbereitet haben. Diese Vokabeln findest du auf der nächsten Folie auf Deutsch. Du suchst dir ein Wort aus, bildest damit einen deutschen Satz und diesen Satz übersetzt du dann ins Tschechische. Zum Schluss kontrollierst du, ob du die Worte richtig verwendet hast von der Bedeutung her, ob du sie richtig geschrieben hast und ob du auch das Verb richtig gebeugt hast. Na dann, viel Spaß! Ich bin mir ganz sicher, du hast es prima geschafft. Solltest du dir aber unsicher sein, habe ich eine Lösung für dich. Klicke hier oben links auf den Link A4-Seite korrigieren. Und du kannst mir eine A4-Seite zusenden und ich korrigiere die Sätze für dich, damit du dich sicher fühlst und weiter schön lernen kannst. Hi, ich bin Kathi. Ich kreiere für dich Videokurse zum Tschechisch lernen, damit du effizienter und schneller lernen kannst. Schreib doch in die Kommentare, was dir in diesem Video besonders gut gefallen hat. Falls du den ganzen Videokurs möchtest, schau in die Beschreibung. Dort findest du die Verlinkung. Auf der Webseite www.slang.me kannst du auch eine Einzelstunde bei mir buchen. Na dann, saati mahoi!